Hallo und herzlich willkommen zurück zu For Honor und wir spielen hier gegen Deathloko mit Prestige 2 Warden und generell Prestige 4 bzw. Ruhm heißt das ja hier und ich werde jetzt mal ein bisschen den Jogoku spielen, einfach um ein bisschen Abwechslung in die Sache zu bringen und ja, erwartet nicht zu viel von mir, wie gesagt, ich bin immer noch ein Noob Na, den nehme ich dann Gehe ich mal ein paar Schritte rückwärts, damit wir hierbleiben So, trafst den Trade Da fange ich nochmal Damage Oh, da fange ich nochmal richtig Damage Da kommt er mit den schnellen Schlägen von oben Oh, wieso block ich denn nicht? Oh mein Gott Also die Runde war eigentlich safe Aber der schnelle Seitenschlag hat mich gerichtet Hätte ich eigentlich haben müssen, ohne Probleme Ich hätte meine Hyper Armor ausnutzen können und alles Mögliche Daran sieht man halt, ich bin Ich spiele ihn noch nicht sehr viel, diesen Charakter Bin vom Level auch nicht so hoch mit dem Oh, nice Oh, jetzt hat er aber, jetzt hat er aber ein bisschen gelackt, man Jetzt, jetzt lagt er aber rein Jetzt hat er reingelackt Hat gerade keinen Ausdauer, der Boy Boom Da geht die zweite Runde an mich Da habe ich drauf gewartet, dass er nochmal seinen Charge macht Er hat halt gemerkt, dass ich nicht ausweiche bei diesem Charge Und deswegen hat er es halt ein bisschen spammen wollen, um das gegen mich einzusetzen Und dann dachte ich mir, wenn er das nächste Mal ansetzt, dann setze ich zum ohne Grip an Das habe ich getan und das war ganz gut soweit Sehr gut Oh, da war die Hyper Armor noch gar nicht ready Jetzt ist er richtig Oh, stark gemacht von ihm Da will mich runterschubsen Bin ich mir recht sicher Sonst wird er nicht so viel grabben Oh, der wollte mich umschubsen Kann auch sein Stark parried von ihm Wieder stark Oh, da war der Area Schlag Mit dem ich nicht geregnet habe Ich habe auch gedrückt, aber ein bisschen zu früh Ein bisschen vor ihm Okay, da habe ich ihn Da wollte er gerade wieder zum Schulterschubs-Dings ansetzen Und ich habe nochmal den Heap gelandet, Gott sei Dank Let's to go Ich hoffe, das Format gefällt euch Ich habe auf jeden Fall Spaß daran Ich habe jetzt generell Spaß daran vorne Oh, der hat doch nicht geblockt Hat er gerade ein, zwei Fehler gemacht Hat er wieder einen Fehler gemacht? Ich habe jetzt keine Ausdauer mehr Deswegen Oh, der war gut, das hat er gut gemacht Darauf war er gefasst, dass der erste nur Bait ist Okay Okay Er macht das noch gut, er kann die Runde noch holen Okay, nevermind Da haben wir gewonnen Da haben wir uns den Sieg geholt 3 zu 1 Die Hyper Armor hat uns den Arsch gerettet Kriegt er natürlich für einen Sterne Er hat ehrenhaft gekämpft Und wir sehen uns im nächsten Kampf So, da sind wir wieder Mein Gegner ist Nertzko Mit dem Raar Helden Mit dem Conqueror, so heißt er doch, oder? Hurra Hurra Prestige 1 Und auch mit diesem Schal Das heißt er hat nur diesen Schal gespielt Also, ich bin es auf Prestige Beziehungsweise auf Ruhm Ich muss immer mal angewöhnen Das Ruhm schlagen Ich bin mal gespannt, was wir gegen ihn machen können Ob er uns jetzt erstmal mit dem Schild Bash umhauen will Ich habe noch nicht so oft gegen ihn gekämpft Nicht viele spielen ihn Und bin ich auf jeden Fall mal gespannt Er will auf jeden Fall drinnen kämpfen Er ist soweit recht defensiv Die Schläge sind langsam Leicht zu blocken So, ich wollte ihn gar nicht schubsen Das war ein Versehen Aber hat er gereicht Er hat vielleicht auch noch nicht so oft gegen Shogoku gespielt Oder Shogoki Ich weiß gar nicht, wie man es heißt Shogoku, ne? Hallo Goku, hahaha So, müssen wir nur aufpassen, dass wir nirgends vor kämpfen Hier, wo man den runter schubst Das kommt der Schild Bash Damit habe ich natürlich gerechnet Ich kämpfe nicht am Wasser mit dir Okay, er will irgendwas freudiges machen Oder auch nicht Okay, der war gut Okay, der war gut Jetzt kam der schon wieder weg Stark Oh, jetzt habe ich auch gerade gerückt Weil ich das auch gerade machen wollte So, gute Nacht So, keine Ahnung was der macht Der will irgendwie immer weglaufen Und keine Ahnung Der ist glaube ich verunsichert Oder er möchte reu dich mit mir machen Ich kann es nicht mal deuten Irgendwas will er mit mir tun Irgendwas will er mit mir tun Oh fuck Das hat er mich eigentlich safe graben können Und wie kann er es nicht so gut blocken, habe ich das Gefühl Oh, jetzt hat er gespammt Damit habe ich nicht gerechnet War auch aus seiner Situation eigentlich gar nicht so schlau Weil wenn ich ihn halt geparriert hätte Dann wäre es das schon wieder für ihn gewesen Aber er ist wohl irgendwie fest davon ausgegangen, dass ich versuche offensiv zu gehen Und dann war das eigentlich ganz gut gelesen von ihm Obwohl es halt eigentlich nicht so gut gespielt war Aber okay Nämlich Er verschickt sich die ganze Zeit unter der Säule Schon reulig So wird er jetzt getescht Nein, kannst du knicken Ich habe geblockt Aber okay Okay, das war echt keine Absicht Ich hätte keine Ahnung, dass er so weit fliegt Ich dachte, er landet da vorne wenigstens noch Das wollte ich echt nicht Aber er kriegt trotzdem von mir nur 3 Sterne So, wir sehen uns im nächsten Kampf Und das war echt keine Absicht So, da sind wir wieder Ich habe zwar neu gesucht, aber mein Gegner ist wieder Nerz Go Also der von eben Mal gucken, ob er diesmal den Kampf für sich entscheiden kann Und ich muss mir dann bald trinken, was zu trinken holen Noch nichts getrunken heute Noch nichts getrunken heute Wunder 1 Ja, willst du mich ins Feuer schubsen, oder was? Ja, willst du mich ins Feuer schubsen, oder was? Ach komm, ich habe es doch auch gemacht, Mann Und das habe ich eigentlich gecancelt Okay, Spiel, passt schon Eigentlich hatte ich den harten Schlag gecancelt, aber hat irgendwie nicht funktioniert Wollte den nur anfaken Aber es passt schon Die Runde geben wir mal Der wird jetzt noch ein bisschen defensiv spielen, glaube ich Ja, damit triffst du eh nicht Wieso greppt er da nicht? Das macht keinen Sinn Er war halt noch in einem ganz frühen Zwing Das dürfte eigentlich Oh fuck Das ist immer gut Ja, sein Rückwärts-Dash ist soweit souverän Seid wieder rückwärts gedashed, konnte ich halt wieder safe hüten Ich will dann wieder einen auf den machen Wieso dasht der rein, der Idiot, Mann Das, Junge, ganz ehrlich Wenn ich nach links drücke, ja, und dashe Dann sollte er auch nach links dashen Shogoku, ja Und nicht geradeaus Das ist dann wirklich nicht mein Fehler Wenn ich dann links dashe und er dasht geradeaus Aber ist okay Ist okay, spiel Du musst nicht immer so funktionieren, wie du funktionieren solltest Das ist dich Ach, komm schon, das ist Bullshit, Mann Bullshit Sorry, aber das ist Das ist wirklich Bullshit So, gute Nacht Also Bullshit-Spiel, ehrlich Weil er einen Millimeter zurück dashed, rabbi ich ihn nicht, oder was? Bitte Runde vier Direkt Gau machen hier gegen den So Ja, schon ein bisschen am Paniken So, haben wir ihn Mal gucken, wer die finale Runde holt Mal gucken, wer die finale Runde holt Die Folge wird, glaube ich, wieder ein bisschen kürzer Gerade ist hier wieder Heckmeck Das wird wohl wieder eher so eine 15-Minuten-Folge Aber das denke ich mal auch okay Wenn ihr längere Folgen wollt, ne Ihr seid ja alt genug Ihr könnt das hier sagen Ich sollte eigentlich ausnutzen können Er geht jetzt Richtung Abgrund Ich block nach oben Wieso blockt der nicht? Das macht keinen Sinn Das hat er gut gemacht Das war gut Das war auch gut Das war auch gut Oh, man Keine Ahnung, ob er das schon wieder machen wollte Ich habe einfach nur den rechten Stick gedrückt Hallo Aber er wollte seinen Dash machen Das wollte ich eigentlich auch nicht tun Irgendwie, das ganze Spiel über Hat Shogoku gerade Dinge gemacht, die ich nicht gemacht habe Ich glaube, ich sollte mir endlich mal ein neues Gamepad zulegen Aber ist egal Er hat gewonnen Wir gestehen ihm das zu, ja 3 zu 2 hat er sich geholt Und ähm Na komm, wir sehen uns im nächsten Kampf Eins geht noch Hallo und herzlich willkommen zurück Bye for Honor Warum sage ich das? Ich war gerade AFK und habe irgendwie Gut, das werden wir verlieren Ich habe nämlich mit Shogoku Was da meine größte Schwäche ist Sind Charaktere, die unblockbare Angriffe spammen Jetzt nicht so unblockbar wie Schläge, die man parieren kann Sondern tatsächliche Schläge, die man nicht Auch nicht parieren kann So, da kommt's wieder Jetzt kommt dieser Spam Guck, jetzt macht er das Jetzt schubst er mich um Jetzt springt er drauf Wenn ich aufstehe, macht er das nochmal Und ich bin weg gespammen Ich habe den Charakter 5 Minuten gespielt Und hatte das auch drauf Es ist wirklich keine Kunst, was der da macht Lieber Armor, hallo Ja, ich bin tot Es ist halt keine Kunst, was der macht Es ist einfach so ein Spam-Char Und mit meiner Schamanin würde ich ihn in der Luft zerreißen Ohne Probleme Aber, mit dem Shogoku habe ich dagegen echt Probleme Weil er halt nicht so der Dodger ist Ich weiß auch nicht warum Aber es ist halt keine Kunst, was er macht Es ist ein Kinderspiel Er hat er gut gemacht Aber wenn man ehrlich ist, ist er eigentlich nicht gedodged Nee, guckt euch das an, was es ist Er muss diesen Schlag nur aufladen Und schon läuft's bei ihm Was wollte ich gar nicht Scheiße, ich habe keinen Ausdauer Ok, den Kampf haben wir Incredibili Das ist alles, was dieser Charakter kann Incredibili rufen Und unblockbare Sachen machen Die nerven Ich habe damit nur ein Spiel online verloren Mit dem Centurio Ich habe damit nur ein Spiel online verloren Mit dem Centurio Ja, ich bin tot Dagegen kann ich nichts machen Ja, dagegen kann ich nichts machen, wenn ich in der Ecke stehe Er spammt die Scheiße einfach nur Wie man sieht, die Skills dauern auch nicht besonders lange Also da zu dodgen ist sowieso nicht so leicht Wenn man halt einen total langsamen Charakter spielt Ist es umso schwerer Und dagegen komme ich echt noch nicht klar mit Shogoku Da habe ich auch Schwierigkeiten mit dem Tritt von Von der Tussi, die Chuppi immer spielt Ich habe doch zuerst gegrappt, Mann Really? Hallo? Spiel? Das macht keinen Sinn, Mann Das macht keinen Sinn Sorry, aber das macht keinen Sinn Nein, lächerlich Lächerlich ist das Weißt du, er ist ganz langsam am Ausholen Ja So, mal ein bisschen healen Schon wieder keine Ausdauer mehr, Mann Wie man sieht, er konzentriert sich wirklich nur darauf Diese unblockbaren Sachen zu machen Der jetzt nicht mehr mit mir macht, Mann Get you back, du Spammer So 2-2, wir werden das aber verlieren Ich schaff das nicht gegen den Ich schaff das nicht Ich schaff das nicht Diese Spamerei Sache ist echt nicht leicht Ist echt nicht leicht dagegen anzukommen vom Centurio Wir werden erstmal das Bait benutzen Jetzt Baiten wir Oh, gewonnen! Was da los? Was für ein schöner Abschluss Ich hab gegen den Spammer gewonnen Sehr schön, Centurio Richter Glatt 5 Sterne Einfach weil ich endlich mal Endlich mal mit Shogoku Diesem blöden Centurio geschafft hab Und wir sehen uns in der nächsten Folge Von For Honor Ich freu mich auf euch, bis dahin, ciao! Ciao!